Ja moin, wie vorhin schon angekündigt, kommt hier das zweite Video für heute. Wir machen ja heute Eito-Tag, bevor wir uns dann morgen die letzte Folge gönnen und natürlich auch die Wiedersehensshow. Wie geht's euch? Glaubt ihr, dass die Gruppe das Geld noch gewinnen wird oder habt ihr da eher ziemlich große Zweifel? Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass sie es packen werden. Ja, unter anderem auch, weil die Produktion da ja wirklich sehr, sehr doll nachhilft, um die Leute ein bisschen auf den richtigen Pfad zu bringen. Ist auch tatsächlich nicht das einzige Mal, dass das so gemacht wurde. Das haben mich auch ein paar von euch gefragt, gerade mit diesem Zufallsgenerator, der eigentlich gar kein Zufallsgenerator ist. Das gab es schon mal in einer vorherigen Staffel, da wurde das auch so gegen Ende gemacht. Und dann hat der Zufallsgenerator eben zwei Perfect Matches auf ein Date geschickt. Das heißt, die Leute konnten noch nicht mal falsch wählen, sondern haben auf jeden Fall ein Match gefunden. Warum? Keine Ahnung. Wieso ist die Produktion so nett? Manchmal wirkt es so, als würde die Produktion unbedingt wollen, dass die Leute tatsächlich das Geld gewinnen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, warum. Weil es für die Sendung ja jetzt nicht so wirklich ausschlaggebend ist, finde ich. Also ob die am Ende das Geld gewinnen oder nicht, ist mir relativ Hupe. Wenn ja, dann schön, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, ist mir das auch egal, weil ich die Show ja für die ganzen anderen Folgen davor eigentlich geguckt habe. Aber das mit dem Zufallsgenerator wurde ja, wie gesagt, vorher schon gemacht. Und falls ihr euch erinnert, gab es in der letzten Normalo-Staffel mit Hannah, Carina, Sasa und dieser ganzen Truppe am Ende tatsächlich rechnerisch noch zwei Möglichkeiten, die beide hätten stimmen können. Und die Truppe hat sich dafür entschieden, die letzte Matching Night zu verkaufen und schon in der neunten Matching Night ihre finale Aufstellung bekannt zu geben, keine Ahnung, sich so hinzusetzen. Und die Produktion hätte dann eigentlich auf sehr einfache Art und Weise sagen können, nee, sorry, eure Kombination, egal welche von den beiden sie jetzt gewählt hätten, war falsch. Und die andere Kombination war richtig. Und niemals hätte es irgendwer rausbekommen. Aber mittlerweile kennen wir es, dass die Produktion sehr, sehr wohlwollend mit den Kandidaten umgeht. Ich glaube, auch die einzigen, die das mal verloren haben, war die Staffel mit Melina und Aurelia und so, die das nicht geschafft haben. Naja, deswegen glaube ich, die packen das mit Sicherheit. Und in diesem Video wollen wir jetzt über Sandra sprechen, denn sie hat mal wieder eine Fragerunde gemacht. Über Sandra haben wir schon ein paar Wochen, glaube ich, nicht mehr gesprochen. Deswegen wird es jetzt mal wieder Zeit. Sie hatte ja auch eine tragende Rolle, sag ich mal, in der letzten Doppelfolge. Und bevor wir anfangen, wieder vorab ganz kurz der Hinweis, falls du neu bist auf diesem Kanal, das ist nicht meine richtige Stimme. Normalerweise ist meine Stimme angenehmer, hoffe ich, und hört sich normaler an. Ich bin im Moment krank, aber mir geht es schon besser. Und ich glaube, in den nächsten ein, zwei Tagen wird meine Stimme auch wieder normal sein. Aber glaube deswegen bitte nicht, dass meine Stimme sich immer so merkwürdig und, ja, ein bisschen unangenehm, glaube ich, anhört. Das wird schon wieder kommen. Bitte auf jeden Fall zurück. So, dann legen wir los mit der Fragerunde. Jemand wollte von Sandra wissen, wie gehst du mit der Kritik um, dass du Paco und Max hinterhergelaufen bist. Und Sandra sagt tatsächlich dazu, ich kann es mittlerweile nachvollziehen. Ich komme sehr verzweifelt drüber. Ich bin aber auch nur ein Mensch, ein Mensch, der gerne Liebe schenkt und gerne Liebe bekommt. Allerdings schwer in einer Show, wo kaum einer was ernst meint. Ja, merkt man, dass sie sehr fokussiert so auf Körperkontakt ist. Das ist ja auch immer so eine Typsache. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Die einen brauchen mehr Körperkontakt generell, um sich wohlzufühlen. Die anderen nicht so viel oder erst von Leuten, die sie wirklich schon gut kennen. Und Sandra scheint generell ein eher touchy Mensch zu sein. Ja, ein bisschen verzweifelt. Das stimmt schon, kommt so rüber. Aber ich kann es auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass man vielleicht gerade in so einer Show versucht, ein bisschen nicht Liebe. Na, das hat natürlich nichts mit Liebe zu tun. Aber so ein bisschen Anerkennung, Aufmerksamkeit, was auch immer zu bekommen. Weil wir bei Sandra ja schon des Öfteren gemerkt haben oder gesehen haben, dass sie wohl ziemlich viel Aufmerksamkeit braucht. Das war ja sogar in ihrer letzten Beziehung leider Gottes ein Thema. Sie ist Tommy zwar, soweit wir wissen, nicht richtig fremdgegangen, sagen wir mal so, hat sich aber auf andere Art und Weise nicht so toll verhalten. Und in dieser Beziehung war ja auch schon das Thema, dass Tommy an sich zwar toll war, aber dass Tommy der Meinung war, dass Sandra generell viel Aufmerksamkeit braucht. Und zwar nicht nur von ihm als Freund, sondern eventuell auch von anderen Männern, die ihr Bestätigungen geben und ihr zeigen, du bist eine Tolle. Woran das wohl liegen mag, weiß nur Sandra selbst. Vielleicht ist das auch irgendwie in ihrer Vergangenheit begründet, liegt eventuell in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend, dass sie da eventuell nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Keine Ahnung, das können wir jetzt nicht beurteilen, aber dafür wird es mit Sicherheit Gründe geben. Denn für jede Art von Verhalten gibt es immer irgendwelche Gründe. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Sandra so schlecht, also sie kommt ja nicht schlecht an, aber nicht so gut bei den Männern ankommt. Ich habe tatsächlich vorher gedacht, dass sie sehr, sehr gut ankommen wird. Ich persönlich finde sie nämlich mega attraktiv. Also charakterlich finde ich sie, ja, mal so, mal so. Es gibt vieles, was ich ja in ihr kritisiert habe, das wisst ihr. Aber sie ist für mich jetzt auch alles andere als Persona non crata, deswegen Charakter. Lassen wir mal eben beiseite, bin ich neutral, sagen wir mal. Aber äußerlich finde ich persönlich die richtig, richtig heiß. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Paco und Sandra sind. Sandra hat vor kurzem auf ihrem Insta-Kanal eine Art Zusammenschnitt, einen Edit gepostet mit Szenen aus Aito, wo man überall sieht, wie sie Paco streichelt, Paco anfasst und so und hat diese ganzen Szenen eben zusammengestimmt. Keine Ahnung, ob sie das selber gemacht hat oder ein Fan oder so. Aber Paco hat daraufhin eine Fragerunde gemacht und wurde unter anderem gefragt, leidest du unter Ängsten? Und er hat geschrieben, ja, nennt sich Sandra. Bei Paco muss man alles immer mit einer Prise Ironie nehmen, weil er auch in den vergangenen Wochen seine Fragerunden immer ziemlich ironisch beantwortet hat und das jetzt nicht so total ernst meinte, was er da immer geschrieben hat. Deswegen habe ich auch nie ein Video zu seinen Fragerunden gemacht, weil da meistens als Antworten irgendwie halt ein kreativer Witz eher kam. Sandra hat das natürlich auch gesehen und bei sich in die Story gepackt. Dazu hat sie geschrieben, ah, so ist das also, sah nach der Show aber noch ganz anders aus, Paco-Line. Okay, also nach Aito hat das, äh, die ganze Geschichte zwischen Paco und Sandra anscheinend nicht geendet und ich glaube oder hoffe, dass wir das in der Wiedersehen-Show erfahren werden. Falls nicht, dann bestimmt spätestens auf Insta. Auch natürlich besonders interessant, weil Paco ja jetzt gerade mit der Ex-Freundin seines Kumpels Yasin, also mit Alicia, anbandelt und die beiden sich tatsächlich mittlerweile ja auch geküsst haben. Und wenn da wieder was mit Sandra gewesen sein sollte, dann ist das natürlich sehr interessant und könnte vielleicht einer der Gründe sein, warum beispielsweise Marie letztens in einer Fragerunde geschrieben hat, Alicia verdient etwas Besseres als Paco. Kommen wir zur nächsten Frage. Jemand wollte von Sandra wissen, bereust du die Teilnahme bei Aito? Finde dich toll. Und sie sagt, ich bereue es nicht, vielleicht war es aber zu früh für mich für eine Dating-Show. Meine Trennung war nicht einfach. Temptation Island war natürlich auch dort ein Thema, was mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat. Und ich musste oft daran denken, wie schön es bei Ex on the Beach war, jemanden kennenzulernen. Ja, ich glaube, sie hatte versucht, das irgendwie nochmal zu erleben, in einer Dating-Show zu sein und sich dort nochmal neu zu verlieben, so wie es damals eben mit Tommy passiert ist. Hat vielleicht ein bisschen versucht, es zu erzwingen, was immer schlecht ist. Aber sie sieht es ja auch ein und weiß auch mittlerweile, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen zu früh war. Wann haben die sich getrennt? Letztes Jahr? Trennung war schon fast ein Jahr her, aber da kommt es ja auch immer darauf an, wie man eine Trennung verarbeitet, wie viele Gefühle da im Spiel waren, wie das Ganze geendet hat und so weiter und so fort. Weil die Sache zwischen Tommy und Sandra ja noch bis zum Ende des Jahres weiterging. Und ja, da kann ich es nachvollziehen, dass sie jetzt im Endeffekt anscheinend eingesehen hat, dass sie sich mit dem neuen Daten mehr Zeit hätte lassen sollen. Nächste Frage, was sagst du dazu, dass Paco jetzt im Nachhinein so krass gegen dich schießt? Und sie sagt, er hat meine Nummer, wenn er ein Problem hat, wieso klärt er es nicht erwachsen mit mir? Er kann froh sein, dass nicht alles ausgestrahlt wurde, sonst stände er auch nicht so gut da. Sei ihm gegönnt. Ich finde es schade, immerhin hatten wir dort eine schöne Zeit zusammen. All die guten Dinge, die man für jemanden macht, werden viel zu schnell vergessen. Ja, ob Paco jetzt so krass gegen Sandra schiebt, das weiß ich nicht. Ich finde auch, dass sie im Moment auf Social Media sehr, sehr viel abbekommt, auch ein bisschen zu viel. Ja, zum Beispiel das Verhalten beim Spiel fand ich auch nicht korrekt. Und ich nehme Sandra das auch nicht ab, dass sie wirklich so naiv ist und das alles nicht gecheckt hat. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber so ein bisschen drüber finde ich den Hate dann teilweise schon. Das ist ja jetzt wirklich, keine Ahnung, nicht so ein riesiger Weltuntergang, was sie da alles so gemacht hat. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass Paco so krass gegen sie schießt. Denn wie vorhin schon gesagt, Paco ist so ein Typ, der seine Fragerunden ganz, ganz oft mit irgendeiner Art von kreativem Witz beantwortet. Und ich würde das gar nicht so ernst nehmen. Also ich würde jetzt zum Beispiel wirklich nicht denken, dass er tatsächlich Angst vor einer Sandra hat. Er wurde auch zum Beispiel gefragt, irgendwie würdest du auswandern oder so? Und darauf hat er geantwortet, eigentlich so eine, also im Sinne von eigentlich nicht, aber nach dem Video habe ich mir das jetzt überlegt oder so. Also ich glaube, das muss man alles mit einer, ja, mit einer Prise Ironie einfach genießen, was er so in seinen Fragerunden von sich gibt. So, kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise es sind eigentlich zwei. Eine Person hat geschrieben, hast du das Gefühl, dass der ganze Cast gegen dich schießt, bei der Reunion halt, oder hat, keine Ahnung. Und eine andere Person hat geschrieben, bei der Reunion hat man dich in keiner Story der anderen gesehen. Ach so, weil ja öffentlich bekannt war, wann die gedreht wurde und alle haben sich irgendwie gefilmt in ihren tollen Aus für Outfits und so. Und haben so ein bisschen in die Kamera gelacht und Sandra war anscheinend nicht zu sehen. So, und Sandra beantwortet das wie folgt. Ich habe es nicht nötig, auf Best Friends zu machen, wenn sie nachher alle losschießen, nur damit die Reunion krass wird. Wundert mich, dass keiner einen Spickzettel dabei hatte, weil so viel Sinnloses angesprochen wurde. Man hat gemerkt, man will alles tun, damit eine Person, meine Wenigkeit, schlecht dasteht. Ein Mensch hat mir dort aber verdammt wehgetan. Und seitdem geht es mir auch nicht besonders gut, mehr dazu, wenn es ausgestrahlt wurde. Ja, boah, ja, frage ich mich jetzt, wer? Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass das eine Person war, die eng mit Sandra war. Also vielleicht Paco, Max oder auch Marvin, die beiden sind ja gut befreundet. Oder eine befreundete Frau, vielleicht Shakira. Hm, schauen wir mal, warten wir ab. Das Gute ist ja, dass die Leute sich zwar immer beschweren, dass die Wiedersehen-Shows sehr, sehr stark gekürzt wurden. Auch bei Temptation Island, dass da immer nicht alles ausgestrahlt wurde. Aber, dass die Leute dann natürlich das, was nicht ausgestrahlt wird, auf Social Media auspacken. Das heißt, wir werden mit Sicherheit alles erfahren. Nächste Frage, jemand wollte wissen, was Sandra zu Kim sagt. Denn Kim hat in ihrer Story behauptet, dass Sandra Sachen gemacht hat, die strafrechtlich relevant sind. Und wir erinnern uns, dasselbe hat Kim auch schon über Fabio gesagt. Als sie kurzzeitig so einen Stress mit Fabio, a.k.a. Flavio auf Insta hatte. Da hat sie gesagt, der Fabio hat Sachen gemacht, die strafrechtlich relevant sein könnten und die sie verfolgen könnte, aber es nicht getan hat. Und jetzt sagt sie dasselbe über Sandra. So, und Sandra sagt dazu, jeder, der mich hier länger verfolgt, weiß, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ihr kennt das doch. Ja, es gab da eine Situation, aber natürlich wird das Ganze so dramatisiert, damit man was zu reden hat. So lächerlich, ich habe definitiv nichts getan bzw. gesagt oder was auch immer, was zu einer Strafe führen würde. Ja, kann ich mir tatsächlich auch so vorstellen, also vorstellen, dass Sandra hier recht hat, dass Kim alles wieder ein bisschen aufbauscht. Das haben wir ja schon ein paar Mal so von Kim gesehen, dass sie mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich viel für Klicks macht. Ähm, das aber immer anderen vorwirft oder halt für Sendezeit und das eben anderen vorwirft. Und gerade weil, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass alle so scheiße sind, außer Kim. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Valentina-Vibes hat. Äh, das sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Welten, Kim und Valentina, die ich auch gar nicht miteinander vergleichen möchte. Aber mittlerweile hängt das schon so Züge an, dass Kim sich wirklich mit jedem streitet und jedem sagt, er habe irgendwas gemacht, was die auspacken könnte und so. Ähm, ja, das erinnert mich schon so ein kleines bisschen an Valentina, die sich ja auch immer mit jedem streitet und jedem sagt, sie könnte ihn anzeigen oder so. Mit dem Unterschied, dass Valentina es tut und Kim nicht. Noch eine Frage zum Thema Kim, denn jemand wollte wissen, hat Kim kein eigenes Leben? Sie redet ständig über dich, glaub sie ist besessen von dir. Ja, und Sandra sagt dazu, was ich höre, sobald mal wieder über mich gesprochen wird, mir tut es leid, dass sie sich über andere lustig machen muss oder Geschichten erzählen muss, nur um gehört zu werden. Mit so einem Menschen komme ich nicht klar, aber ich wünsche ihr alles Gute. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ähm, klar, wir hatten des Öfteren Beef auf Insta und ich glaube auch, dass Sandra eine Person ist, die viel für Klicks und so macht, ne? Weil Influencer ja auch ihr Beruf ist und sie damit Geld verdient, aber wenn Beef angefangen hat, beziehungsweise eine Person geschossen hat, dann war das in den allermeisten Kim, die angefangen hat und zwar nicht nur gegen Sandra. Sie war auch die Einzige, die die komplette Staffel oder zumindest die erste Hälfte der Staffel durch immer gegen Paulina geschossen hat, was die anderen eben nicht getan haben. Noch eine interessante Frage, jemand wollte wissen, was sagst du zu Tommy und El Stresso? So, El Stresso ist natürlich der Spitzname, den Yassin Paulina Liubas bei Ex on the Beach gegeben hat und das spielt darauf an, dass Tommy und Paulina Liubas jetzt, ähm, ja, anscheinend ein Paar sind. Also, soweit wir wissen, haben die beiden sich ja bei Germany Shore kennengelernt, sollen dort auch was miteinander gehabt haben, das ist zu 99% gesichert und es ging dann anscheinend noch weiter. Mittlerweile ist Paulina nach Nizza gezogen, die beiden haben ihre Beziehung oder ihre, keine Ahnung, was auch immer zwischen den beiden ist, nicht öffentlich gemacht bis jetzt, aber man sieht halt immer an den Storys, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind. So, und Sandra sagt dazu, auch hier mal kurz was dazu, weil ihr mir super viele Storys schickt, die ich nicht unbedingt sehen muss. Ich würde lügen, wenn ich sage, es tut nicht weh, dass eine andere Person neben ihm in Nizza am Tisch sitzt, aber so ist es nun mal und ich wünsche ihm vom Herzen alles Gute und ihr auch. Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr ehrliche, erwachsene und vernünftige Antwort, auch, dass sie zugibt, dass es nicht leicht für sie ist und dass sie das anscheinend immer noch so ein bisschen mitnimmt oder belastet, auf jeden Fall, dass es Gefühle auf jeden Fall noch bei ihr auslöst und dass sie das so offen zugibt, finde ich, ähm, ja, stark. Kann ich nichts gegen sagen. Ich habe gesehen, dass, ach, wer war das nochmal? Ich weiß nicht, auf irgendeinem Insta-Account, keine Ahnung, wurde darüber berichtet und es gibt ja diese Nachrichtenseiten über, ähm, Trash-TV und da wurde eben diese Story auch gepostet und eine Person hat darunter kommentiert, ähm, Sandra, Sandras Aktionen und Aussagen sind, im Moment sind total cringe und cringe-Faktor 100 nicht zu toppen, sowas in der Art. Wo ich mir dachte, so, was ist denn daran jetzt cringe? So, kann die überhaupt noch irgendetwas richtig machen? Und ja, das Verhalten bei Aito, habe ich vorhin schon gesagt, fand ich auch oft nicht cool, auch wie sie sich im Spiel verhalten hat. Wenn sie da nicht mitmachen möchte, ist das natürlich ihr Recht. Natürlich kann sie dann sagen, nee, das ist aber nicht jetzt irgendwie meine Taktik, ich möchte das so nicht fahren, sondern ich glaube auch, dass sie sich da extra so ein bisschen doof gestellt hat und, ähm, ja, auch extra gesagt hat, wie, so 21 ist doch realistisch und solche kleinen Kommentare. Das habe ich ihr jetzt auch nicht so richtig abgenommen, aber manchmal kommt es mir so vor, es könnte jetzt eine Sandra wirklich gar nichts mehr richtig machen für einige Leute und ich weiß nicht, was man an dieser Antwort hier kritisieren soll oder was an dieser Antwort cringe ist. Ich finde sie echt gut, sowohl, dass sie offen zugibt, dass es sie immer noch ein bisschen verletzt, als auch, dass sie trotzdem Tommy und Paulina alles Gute wünscht. So, zum Abschluss noch was Kleines hier, warum war es bei euch so unordentlich? Habt ihr überhaupt noch was gefunden? Und Sandra sagt, ha, 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 schrecklich, dieses Ankleidezimmer. Ja, das ist jede Staffel so, ne, also dieses Ankleidezimmer, das ist aber auch wirklich klein, für 20 Leute muss man auch zugeben, ne, und bei Aito herrscht immer so eine krasse Unordnung. Und wie ich gehört habe von Kandidaten ist es da auch nicht nur unordentlich, sondern wirklich siffig, dreckig. Ähm, ja, meine kleine Ecke war nie im Bild, sagt Sandra, aber die meisten Sachen hatte ich draußen im Schrank neben der Dusche und immer wenn es geregnet hat, wurde alles von mir nass. Daria hat aus Versehen einen Bikini von mir eingepackt und ich hatte zum Schluss Sachen von Marie und Alicia mir ausgeliehen. So, und damit haben wir es auch schon wieder geschafft mit diesem Video, das war unser Aito-Tag und jetzt freuen wir uns auf das Finale und natürlich vor allem auf die Wiedersehen-Show, die hoffentlich gut wird, hoffentlich nicht zu stark gekürzt, aber keine Sorge, alles was rausgeschnitten wird, werden unsere Trashies auf jeden Fall bei Insta auspacken und wir werden darüber sprechen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und fühlt euch wie immer gedrückt.